juhu juhairasa meine damen und herren der morris ist da morris so heiß dieses produkt ich das kam jetzt nicht ganz darüber wie ich es eigentlich machen wollte aber es ist eigentlich total krass wie man bei uns vielleicht auf deutsch sagt ja das was sie hier bekommen zu dem was es kostet ist schon wirklich heftig warum das so ist sie haben ein lounge set aber auch ein dining set denn sie sehen der tisch hier vorne der kann auch hergeschoben werden und bei meinen 1,90 m sie sehen das schön entspannt kann ich mich hinlegen aber ich kann auch ohne weiteres hier vorne dinieren getränke zu mir nehmen oder was auch immer das ganze ist aus sogenannten halb kunststoff rattern das heißt es ist kein flach es ist schon sehr sehr hochwertiges rattern dementsprechend teuer und aufwendig ist das ganze in der produktion es ist auf jeden fall sehr 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 langlebig also wenn sie sich für etwas interessieren um sich das ganze nicht alle jahre wieder zu kaufen sondern vielleicht einmal in anführungsstrichen vernünftig der zweite kauf ist meistens der klügere hier sollten sie wenn sie sich das ganze zum ersten mal kaufen vielleicht direkt vernünftig zuschlagen warum wir haben das ganze hier in sogenannten einzelteilen das heißt diese bank hier das mittel oder das eckstück und noch mal hier vorne diese bank das ist fest das müssen sie nicht mehr zusammenbauen denn darum geht es uns männern ja meistens wir haben darauf keine lust das schieben die damen immer zu uns rüber macht das doch mal schatz gefällt uns nicht machen wir natürlich aber hier braucht das nicht es kommt direkt so fertig sie können es sich zu hause quasi nur noch hinstellen und da steht das tolle set diese glasplatte nicht dass ich diese vergesse sie ist natürlich auch mit dabei mit saugnäpfel an den ecken befestigt damit das ganze hier nicht mehr wegschieben geschoben werden kann die kissen meine damen und herren sind wasserabstoßen ich habe hier nicht umsonst eine flasche wasser stehen um ihnen das ganze auch mal eben zu demonstrieren sie sehen dieser sogenannte lotus blüten effekt bevor ich hier den ganzen laden was mache das ganze perlt hier vorne einfach ab durch die sonne trockert es wieder und sie können es einfach wieder benutzen brauchen sich darüber also keine gedanken machen das ist das tolle es ist mit einem aluminium frame versehen also kunststoff rattern für die langlebigkeit aber dann eben auch ein aluminium frame das verwenden die wenigsten zumindest vernünftiges aluminium kann ich ihnen sagen dieses aluminium hat den vorteil ist es ultra leicht wieder so ein pluspunkt für die die es nachher nach oben schleppen müssen oder in den garten oder auf dem balkon aber zum anderen sie brauchen sich auch wieder in der gesamtheit keine gedanken machen was passiert mit meinem lounge chat wenn ich gerade im urlaub gehen und es regnet ich höre es regnet bei uns zu hause das ganze kann einfach so draußen stehen bleiben und wenn sie jetzt das ganze auch noch überwintern möchten sprich sie brauchen eine husse für den schnee denn warum soll das ganze da monatelang unter dem schnee stecken die husse haben wir natürlich auch programm sprechen sie uns einfach an rufen sie uns an schreiben sie uns wir freuen uns auf sie dieses produkt haben wir in einer super hohen stückzahl stückzahl produziert und wartet nur darauf und ihnen endlich gekauft und dann zu hause stellen sich das jetzt eben vor weil sich auf dem balkon die sonne scheint sie haben ein paar leckere tapas auf dem tisch darauf hätte ich jetzt persönlich gerade lust und netten cocktail vielleicht dabei ich trinke persönlichkeit berlinja wenn sie mich mal einladen wollen für diesen netten tipp den ich ihnen hier gegeben habe die nehme ich gerne und ja ich freue mich für sie dass sie bald besitzer eines solchen sets sind und sage auf wiedersehen